Es kommt ein Duell, das die Gruppen abschließt. Und es ist nicht nur ein Abschließungsspiel, sondern auch ein Abstiegsspiel. Krakow gegen Salzburg. Ja, und wer sind jetzt die Aufsteiger, die in dieser Gruppe, oder willst du das erst am Ende des Matches sagen? Liverpool, Lazio, Frankfurt und Manchester City. Hier geht es um alles. Ja, nochmal zur Wiederholung. Kannst du mir das sagen, was du auch offline zuerst gesagt hast? Genau, ja. Also beginnen wir hier mal mit Krakau. Krakau braucht... Jetzt muss ich nur mal schauen, dass das alles wirklich stimmt. Ja, vier Tore Unterschied, ein Sieg, um den Abstieg zu verhindern. Ist ziemlich heftig. Deswegen probiere ich was Neues aus. Ob das aber allerdings gut geht, das hat er hingestellt. Fünf Stürmer, zwei Mittelfeld, ein Verteidiger. Achso, schlimme Sache wieder nicht. Der Rest schaut zu. Ja, und die Lage bei Salzburg ist folgendermaßen. Bei einem Sieg ist es Bayern München. Bei einem Unentschieden... Habe ich das eigentlich schon geklärt? Wenn das Spiel 2-2 ausgeht, haben beide das gleiche, dann habe ich noch keine Antwort. Also wenn es 2-2 ausgehen sollte, weiß ich noch nicht, was passiert. Dann steckt Wiesel ab. Dann steckt auf jeden Fall Wiesel ab, ja. Was da mit Salzburg und München passiert, weiß ich noch nicht. Da habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich glaube, das wissen Sie selber gerade nicht. Ja, wie gesagt, ein 3-2, äh ein 3-3, ein 4-4 ist alles zugunsten für Salzburg. Alles ein 1-1 wird schon auch nicht mehr reichen. Boah. Die man hat da nicht gelbe für das. Man müsste da ganz weit fahren. Da ist man noch von vorher. Ach so, ich dachte. Auch vorher auch für sie vor jetzt. Alle nach vorne verteidigen auch genauso. Ja, da ist er eh. Und spielt einen Scheiß zusammen, Alter. Alter. Boah. Good Knack. Erstes Tor. Ja, wird sehr schade sein. Wird auch wahrscheinlich sein, dass sie abschlecken. Trotzdem für mich halt schade, in der Horrorgruppe nicht überlebt. Und wer steckt dann bei dir sonst ab? Rom. Und wo ist erster Treffer? Und wie ist erster Treffer? Der hat nur mit Lamse. Ja, für Salzburger natürlich auch ein Wahnsinn. Vorher ist es so die beste Turniergespiele. Aufstieg. Knapp den Aufstieg dann, glaube ich, ins Viertelfinale verpasst. Oder ist gar ins Achtelfinale? Warte, jetzt gar nicht. Ah, ins Halbfinale? Warte, jetzt gar nicht. Aber knapp verpasst, irgendwie. Boah. Und jetzt stehen sie ja auch mit dem Rücken zur Hand. Ja, anderes Fieber. Ich weiß nicht, aber... Boah. Wie gesagt, war auch die Horrorgruppe, muss man auch dazu sagen. Man kann ja easy Gegner dabei für beide. Ja, ich muss sagen, ich bin irgendwie sehr zwiegespalten. Und natürlich Salzburg. Hätte ich nie gedacht, dass sie sich so lange hier halten. In der Champions League ist für mich eigentlich die schwächste Mannschaft eingestiegen. Hat mich an den Besseren belehrt. Aber andererseits Bayern München. Das Trainerteam. Oh, Taylor. Boah. Das gibt es echt nicht. Glückwunsch ist noch ganz da. Oh, stark bottelnd. Oh, da ist ja schon wieder zurück, längst. Bist du rauskommen oder jetzt? Ich. Das ist ja. Kick nach. So, ein Tor fehlt jetzt da noch. Damit sie nicht wissen, was sie tun sollen. Ah, da gefallen mir einige Spieler nicht. Da weiß ich gar nicht, wie viel ich wechseln soll. Ich. Ja. Ja. Vielen Dank. 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 So. Vielen Dank. Oh mein Gott. Skoff. Oh. Oh. Nein. Oh. 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 beide trösten sich selber Na gut, kann man nichts machen für beide Ja, es wird schwer werden, wann sie zurückkommen Einmal auf Ja, bitte Okay